Sofortige Hilfe Ich sag einfach nicht sofortige Hilfe Ähm Das Milligreich ist dem Untergang geweiht Das weiß ich, war dort Zeskyreich Okay, so leid es mir tut Das Milligreich Nee, sorry Leute, aber Das Milligreich geht weg Was heißt denn HD? High Definition ZXD schreibt Hi, äh nee HD Cool Kannst du es eingeschreitern? Eingefeld Wow, das war ich nicht Vielleicht können wir auch mal Ich glaube auch mal ein Gefeld gegen Ich glaube, wir haben gleich einen neuen Feind Neun Abrufe Ich bin Dieb! Wuuu, wir sind am höchsten Titel! Wuuu Kriegsheld Zehn als Krieger Wuuu Krieg begonnen Meisterplakette erhalten Kauf von Sternen Wie haben wir so angefangen? No No Kolenie-Gegrün Kain reich entdeckt Blauzesky reich entdeckt Leke reich entdeckt Jevaly Schalmaz fag Wir haben jetzt 5 Abonnenten! Wir haben jetzt 5 Abonnenten! Aha! Die! ECHT! Wer? Zeig mal! Guck mal! Zeig mal! Mach mal! Noch 5 Abonnenten? Noch 5? Wer ist denn der 5? Ich bin hier drin! Ey! Ich bin das für den Blutz-Clown! Okay! Lies die E-Mail nochmal, schreib's mir mal persönlich! Wieso? Das kannst du doch gucken! Dort wo Abonnenten steht, musst du anklicken! Ja, aber ich kann nicht auf den Kanal zum Kreisen! Meld dich mit dem Kanal an! Ja, ja! Dazu muss ich jetzt auf das Konto wechseln! Ja gut, dann mach ich das! E-Mail! E-Mail! Thomas schaut voll süß aus, als bin ich! Ähm! Hä? Krass! Wie? Haben wir jetzt Valotesky Reich auch noch als Feind? Ne, das nicht mehr, aber nicht mehr als Verbündeten! Sag mal, was ist denn los? Was haben die denn? Was hab ich denn jetzt gemacht? Sie sind jetzt wütend, weil ich die ange... Unsere Rohstoffe gestorben! Natürlich! Und wir filmst im Soundfam, okay? Aggressive Werkzeuge einsetzen! Hä? Also das ist ein Real Life! Ich mag keine Blümchen! Okay! Gut, dann haben wir den nächsten Feind! Ja! Ich glaube, das ist schon längst das nächste Video! Und Sigrox Universe hat bestimmt das schon mal geschrieben in den Kommentaren! Könnte ich wetten! Aber auf jeden Fall wird das Ding jetzt hier kaputt gehen! Und er ist fertig! Das ist geil! Und da ist echt in Ruhe! Ich würde sagen, erst mal Miligreich kaputt hauen! Hallo! Niek! Sie sind nicht als Geil! Immer noch T0. Mensch sind die lustig. Wie macht unser Laser jetzt so Schaden? Schau mal einer, guck. Ich muss mal putzen. Das ist krass. Das macht ordentlich Schaden. Kann man nicht so schieben. Und ohne Marketer. Treff die an. Und nötig. Vielleicht will ich eigentlich ein bisschen besser machen. Der Aufliegsmüte hat auch irgendwie durchgegangen. Hat schon noch 167 Euro. Ja? Geht weh. Du bist Geld geil. Ich bin noch nicht Youtube Partner. Ich bin Geld geil. Okay, du bist Geld. Ich bin geil. Haha. Wortspiel. La 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 la. Was wird das? La 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 la. Ne, la la. Kommt sofort. Kein JAPI. Oh, jetzt mal. La la la. Ein Gehleiter mache. Denk und. Jetzt gedacht. Kein JAPI. Gehleiter. Ja. Wer kommt. La 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 la. Eigentlich will ich immer Fantasy. Ist das. Ist das. La la la. La 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 la. La 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 la. Ja. Ja. Jetzt sind's auf einmal unsere Feinde. Oder? Ne. Ja. Die kommen auf uns zu. Schießen uns an. Und wenn ich zurückschieße, bin ich auf einmal Feinde. Sie sind so ne. Die 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 strotzen vor. Äh. Die sind so ne. Aha. Die sind so ne. Die sind so ne. Das wusste ich. Was denn? Mit der Ton. Welche Nacht? Ich will nichts mit dir zu tun haben. Du bist langweilig. Ah, ist doch allerdings schon das Trash. Oh. Lalalala. La 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 la. Oh Gott bist du ein freak ey. Ist ich immer sehr CI 잠 derivative aus der Lustwelle. Ohne Prozent-Zuschabe zu sagten das denn davon ist gest jeblatt Weller gespielt. ach komm, hau mal den auch noch kaputt na scheißegal manu, der Mondbär der ist Mond das wieder geht der ist Mond, der Mondbär Ende es hat 6 Sekunden, hat 23.000 Aufruf wir haben neue Feinde, wir haben neue Feinde, wir haben neue Feinde, wir haben neue Feinde und ich freue mich darüber los komm, ich hecke mich auf den Singleplayer ein los, ich hecke mich auf den Server, äh auf den Singleplayer aber wir haben heute ein was mit meinen Feind ein Griefer oh, ho, ho, ho rollo ja, bonjour, ho, 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 ho und irgendwas anderes oh, 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 oh ich bin ja jola-jola, ho, ho Ich hab immer noch 2 Ponenten mehr, bis wir anfangen. Ich darf mich glücklich schätzen. Noch? Okay, komm. Alter... Lecker, Rubbel. Er hat Rubbel gesagt. Das ist der Kanal. Bestehend aus 3 Infos. Und 502 auf oben. Und 20 hier auf oben. Das meiste hat... Puh, zu 20... 2150. Das toppen wir. Warte, warte, ich guck, ich guck nach, ich guck nach, ich guck nach, ich guck nach. Was soll ich doch sagen? Wir wagen uns zu Lars... Das Hauptding an. Ja, es geht 3, wer hätte es gedacht. Ha, unser Meister hat mal einen 40. Schade. Aber 3 gefällt mir doch. Hefefefefefefefefefe... Okay, okay. Ich leg nach. Hefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe Ja, ja, Krieg, bla bla. Ja, ja, Krieg, bla bla. Schnauze. Ist langweilig. Ah, Sportfühlen ist wieder her. Wir nehmen auch Sportfühlen. Noch ein Freiwilliger zum Sterben. Das Gute ist, sie haben jetzt ihre Hauptgarde, sage ich mal, besiegt. Und jetzt kommen noch so eine Schwächlinge. Ach, sie wollen wirklich Stress. Okay. Okay. Ja, alle. Was sind das hier nicht alle? Alter! Alter, so alt bin ich auch gar nicht. Wir wollen doch nicht etwa abstürzen. Achso. Kaputt. Okay. Okay. Wenn sie das so haben wollen. Okay, okay. Nee, ich wollte es gar nicht zerstören. Wer schreibt mich an? Okay. Du? Nö. Könnte man von dir erwarten. Nein. Ich könnte nicht anstrengen. Du hast nicht gekarrt. Du hast nicht gekarrt. Ja. Oh, Alter. Ich mach mich nicht aggressiv. Das gibt's Tote. Oh. 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 Hasst mich. Habt ihr nur eure Stücke zerstört. wir sollen auch hier unten die Stadt kaputt hauen ich muss da durch so ich habe jetzt alles erobert das hätte ich auch früher machen können egal oder 4 reicht 3 muss ich mal sagen das kolonieren das machen wir mal neu sind ein bisschen zu und die sind wir ein bisschen ich schreibe jetzt alle an wegen unserer videos ich finde es witzig nicht krass auf vor nur was denn das ist peinlich ach so hast du jetzt auf einmal schon wieder eine ex schluss ach so ja wieso habt ihr schluss gemacht wieso wieso bist du zu langweilig wieso warst du dir zu langweilig schluss 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 Oh, ich hab ne Kolonie besetzt, die kommt in DAS! Heia Laika! Oh lalalala... Eiskumik... Kaltwolken-Sauber... Eiskumik... Geht das auch noch in die andere Richtung? Ähm, also in die andere Richtung? Ja, natürlich. Lange Haare! Jo... Ähm... Ich würd' sagen, ich unterbrech mal kurz die Aufnahmen und esse was warm. Weichei... Pfff... Also bis gleich. He! He! Hiiii... Wir sind wieder zurück. Und das haben wir jetzt so weit alles schön ausgebaut, wenn das vollkommen unnötig war. Aber egal. Wir können's ja. Also wir haben jetzt einen Heißwolkensauger und einen Kaltwolken-Sauber. Jolai, jolai! Jolai, jolai! Jolai, jolai! So was sollen wir denn... Äh, die volle Energieformer. Die doppelte Energie. Jolai, jolai! Jolai, jolai! Jolai, jolai! Jolai, jolai! So, nächster Planet angreifen. ALUMEN! Sag mal, hat ALUMEN nicht irgendwo einmal zu jemand anders gehört? ALUMEN, ALUMEN... Doch das war doch das Willigreich, ja? Und dann steigen wir wieder hoch. Jolai! So, wir müssen kurz nach Hause fahren. Und wieder uns aufleveln. Weh, Schatz! So, kann man natürlich nicht teuer verkaufen. Wir gehen mal zu 1. Danach gehen wir zu 2. Und dann zu 3. Und dann zu 3. Ja. Schatz! S- Ah, komm! Einfach weil wir so nett sind. Joo- Immer noch Winter. Ist das fair? G- 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 Jetzt sind sie Pflanzen, können wir machen. Einfach, weil wir es können. Wenn wir so ein Unterhalt sind, kann man sonst nichts bei es vorzusehen. Wie so oft. Wir können jetzt Kognil darauf machen, was aber herzlich wenig nutzt. Tareformer 5. Nö, ich glaube, das will ich jetzt nicht mehr. Was wäre denn Handelsroute? Das wäre was, was ich erreichen könnte. So, dann geh ich noch mal kurz zu... Was war das denn? Da, zu Haren. Da... 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 Da, da, da... Da können wir alles nicht nutzen. Da, da... Da, da, da... Da, da... Da, da... Da, da... Eigentlich. Ja, eigentlich. Aber anscheinend nicht. So, sind wir wieder. Und ich suche jetzt nur noch die kleinen Putzidinger hier. Da sind sie. Da sind wir schon alles wieder. Und dann wieder breche ich die Aufnahme. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.